wenn das ist gewahrt hast das verlugen dann guck ich hab sogar direkt ne schaufel beides 14 manchmal öffnet es noch ne quest oder so 13 11 und was leichteres muss da ein mehr jetzt gehen wir kurz ins lager um zu gucken war wohl noch die blöse unter schade denn die mann der pd bedarf ob man durch den sich nicht überwärmen Läder. Läder. ... Reality. ... Handsome Devonarte! Be that as it may... Ceramorphosis. What does it make you think of? Spot on! Day One. Fever and memory loss. Day Two. Hallucinations and graying skin. Day Three. Hair loss and blood leaking from all kommerлушайes. Need it go on? Day 4 Excruciating pain as the skeleton and organs Reform and reposition Day 5 The host personality has disappeared Fingers and toes and limbs elongate I take it you get the picture? Day 6 The flesh around the mouth splits To make way for tentacles Day 7 A mind flayer is born This is the annotated version of course The storyteller's gift My point is this Our orifices remain blissfully unblooded Our heads remain clear And our blood temperature normal Any expert will agree This is abnormal That, alas, is where my knowledge fails me A rogue might call it luck A priest might call it fate As for myself, I'm a pragmatic I see the silence before the storm Something to sleep on We should get some rest A priest to put my hands on everything Ich dachte, will ich mich jetzt angreifen, oder? Ist wahrscheinlich Waren wahrscheinlich keine unschuldigen, deswegen Hat das eventuell nicht funktioniert Okay, nein, dann ist das so Mach erstmal weiter Ich krieg das nur hin Dass wir böse werden Ist jetzt die Frage, soll ich wirklich da rein? Die waren echt unangenehm, das weiß ich noch Make it hurt Make it hurt Ich hoffe, dass ich es nicht so nah da muss Ich hoffe, dass ich es nicht so nah da muss Okay, ich komme tatsächlich um einiges besser durch mittlerweile Okay, weil ich jetzt ein bisschen Vielleicht ein bisschen besser weiß, wie das funktioniert im Kampf Aber weil auch die Angriffe viel stärker sind Haben alle aber Stiefel an, ne? Zu wem würden die so gut bestehen, ne? Ich bin ja, ich weiß, wo wir wieder Ich bin ja wahrscheinlich Wenn du das helft hast, bollst du Ja, irgendwo ich bin Ich bin ja, irgendwo die Schleifte Ich bin ja, wo ich bin Ich bin ja, ich bin ja Ich bin ja, jetzt bin ja Ok, ich bin ja das wollte ich so eine mod die einmal alles durchliest die sind nur durch was sein können dass sie quest haben für mich nicht Let's have a look. Ok. That's okay. I wish I had a bag with the old man. No Problem, no Handle. How does it open? Was schon geliefert? Ich glaube ja nicht. Wir haben ja schon. Aber auch schon, ne? Passt mir nicht. Wir haben ja auch schon okay. Sehr viel ist das Buch. Gehen wir da rüber. Du, das sind viel Sachen. Hatten wir schon. Ja. 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 Hm. Was ist das? Ja. 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 Das ist theoretisch weiter. Wer ist mit dem Raum? Lass mal bitte mit der Schriftrolle. Gons. Okay. 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 Und... Normally the Patron God is Ophiis. Not here. Ancient, indecipherable text covers the plaque. A dead tongue. Whoever worshipped here must be long gone. Hm. A dead tongue. A dead tongue. A dead tongue. I'll give it a shot. Hm. A dead tongue. 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 Was ist das? Okay. Die Wasser würde ich eigentlich nicht nehmen. So ist das mal vor. Okay. Okay. Watch how you go. There's a trap. Okay. 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 Das tut nicht weh. Okay. Das war ja schlimm. Das war nur. Okay. The text on the plaque is a mystery to you. Looks like a trap then. Okay. Watch how you go. There's a trap. Okay. Don't cancel it. There's a trap. Okay. Lass der Surprise. Paution ist was er hier. A strange coin. I wonder what it's worth. Ich frage mich. 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 Schlecht an hier. Ist verschlossen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay, wie komme ich hier gerade nicht weiter? Sie kann das noch versuchen... Ach, das ist Feindschärfer, achso... Kann sie sich aufbrechen? Oh... Oh... Oh, gerade so umgekriegt... Gerade so umgekriegt... Irgendeine Erinnerung... Das wird nicht so warm... Die Schreiber sind nicht so, dass sie eine Beweilung haben. Ich weiß, was sie so verabschieden sind, dass sie eine Beweilung haben. Was ist das für ein Beweilung? Was ist das für ein Beweilung?